kommen wir heute mal zu einem format ganz gerne das sind die aufgebraucht videos was ich zu den produkten natürlich zu sagen habe erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco heute gibt es das allerletzte aufgebraucht video in diesem jahr fühlt sich mega komisch an aber das jahr ist vorbei und das 2020 irgendwie ein besonderes war ja muss ich dir nicht sagen wahrscheinlich ich habe hier nicht ganz so viel drin aber ich handhabe das immer zum jahreswechsel so dass ich die sachen einfach loswerden möchte naja so nichts in das neue jahr mit rein schleppen möchte ich finde das das immer so ein bisschen ein schlechtes omen also sind nur ein paar sachen nicht ein allzu langes video wenn ich nicht ins schwach werden komme meine standard waschmittel von frosch fein und waschlosen die verwende ich grundsätzlich immer weil ich zum einen das zur handwäsche aber auch für meine übliche wäsche damit komme ich richtig gut klar vor allem weil das hat schon bei 20 grad das ist richtig gut ich habe handwäsche weil ich ihm kompressionsstrümpfe trage und die solltest du halt eben bei der handwäsche machen und dann habe ich halt auch noch einzelne kleidungsstücke die du ihm auch mit handwäsche machen muss und das frosch einfach die sehr gute bank auch die anderen sachen von frosch und eigentlich richtig gut und da mag ich halt den duft ganz gerne wer sagt nicht so mega aufdringlich nur nicht so richtig hartnäckige flecken in den klamotten habt da muss ich natürlich ein anderes waschmittel nehmen aber ansonsten ist es echt wunderbar dann haben wir den duschbrocken aufgebraucht den würde ich mir nicht mehr kaufen was ich mir wünschen würde von duschbrocken es hat wirklich eine variante heraus zu prägen die mild parfümiert ist oder gar nicht parfümiert das ist wer das aller allerbeste ich mochte den duschbrocken schon also der hat gut für meine klopfen funktionieren sie ganz ehrlich sagen aber meine kopfhaut fand ihn vielleicht durch die duftstoffe oder so nicht ganz sogar also ich habe es nicht so hundertprozentig von der kopfhaut her vertragen dass das haargefühl war super und am körper mochte ich den auch wie gesagt er liegt mehr krass finde ich also gerade der weise riecht sehr stark nach kokosnuss das musst du halt mögen und da habt ihr ja auch schon unter das video wo ich dir vorgestellt habe habt ihr ja schon drunter geschrieben ich hatte den auch und mir dazu stark gerochen und so also man muss kokosnuss wirklich lieben ich bin ganz ehrlich ich würde den duschbrocken der ist eine zeit lang gab es den bei rossmann ich würde sie nicht nicht bestellen also das wäre mir nicht wert wenn er so im laden liegen würde ja aber bestellen würde dann habe ich aufgebraucht das aloe von kolibri ich werde anfang nächsten jahres werde ich wieder bei kolibri eine bestellung machen das aloe war von produkt her sehr gut kann sein dass ich mir das im laufe der zeit mal wieder kaufen werde aber der spender war wirklich ein mega pain ohne witz also ich habe noch nie so ein spender erlebt da ist das produkt so raus gespritzt du musst es die hand so davor nehmen weil sonst kein produkt entnehmen können also so viel druck wie auf diesem spender drauf war gegen ende hin ging es dann lustigerweise das produkt ist wie gesagt mir richtig tolle sache und ich mag dieses frische gefühl deswegen habe ich halt früher auch immer gesichtswasser verwendet ja sehr gutes produkt kann ich empfehlen ich würde es mir jetzt erst mal nicht mehr kaufen weil ich mir erst mal nicht brauche aber vielleicht irgendwann dann haben wir hier den habe ich dann auch zum duschen platt gemacht das ist dieser dieser donut von secret de provence habe ich ja auch schon mal vorgestellt dieses schuppen shampoo und ich mache es halt immer so wenn ich ein shampoo nicht mehr verwende weil ich eben doch viele produkte teste dann nehme ich zum duschen und zum duschen verbrauchst du es 100 pro zum duschen mag ich den echt gar nicht lustigerweise weil der so komisch trocken lassen eigentlich gar nicht scheuen in den haaren mochte ich das schon aber auch hier muss ich sagen ich würde es mir nicht noch mal nachkaufen also es gibt so viel auf dem markt überzeugt hat mir der hier nicht da gibt es ein besseres shampoo und zwar von wolkenseifen das hat mich eher wirklich fasziniert am anfang hatte ich so probleme mit dem und dann habe ich gemerkt so kopfhaut ist hat doch eine wichtige sache wenn die kopfhaut in ordnung ist dann sind wir auf der richtigen seite und das hat das einfach nicht so leisten können zumal das eben auch im plastik kam ich glaube die sind jetzt im karton aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher müsste mal gucken dann haben das feste shampoo von isana finde ich echt auch mega gut kann ich wirklich empfehlen wenn ich mal kurzfristig irgendwie ein festes shampoo brauchen sollte würde ich echt zudem greifen das mochte ich wirklich ist auch auf basis von kokosnuss gibt es aber glaube ich auch in anderen durch das war mango kokosnuss habe ich ganz gut vertragen aber auch hier zählt ihr wisst ja mal festen shampoos ich teste so viele feste shampoos das ist selten vorkommt dass ich mir 12 mal kaufe seltenst dann haben wir hier ein mandelöl er gemacht das ist auch eine sache die ich mir immer wieder nachkaufe ich bin ein bisschen weg von der öl cleansing methode gekommen denke ich mache es heute abend mal wieder weil das hat einfach poren tief rein macht und ich mache das mit rizinus und mandelöl das funktioniert für mich ganz gut und das mandelöl von teenager gibt bei eco werde ist halt relativ günstig und für das bekommt man dann eben auch noch mehr bio qualität das ist gar nicht mal übel kann ich empfehlen lasst mir aber eins übrig weil ich muss demnächst mal wieder eins kaufen dann habe ich mehr gemacht tatsächlich das retinol von logo ich habe echt gedacht ich werde nicht fertig ich mochte das echt gerne aber durch das dass ich halt ebenso viel test der muss ich halt erstmal auch was aufbrochen bevor ich was neues aufmacht und bin ganz gut dass es leer ist muss ich sagen weil ich hatte eben auch bei face theory noch mal bestellen möchte und da würde ich gerne auch noch mal ein serum mit nehmen und dann wie gesagt froh dass das retinol einfach mal leer ist zumal von kolibris eben auch ein retinol gibt glaubt das feste ich mal aus bin ich ganz neugierig so ein standard von mir ist die hier die kaufe ich mir immer wieder nach weil die einfach gut ist nämlich zum handy ein creme also ich kaufe mir generell keine handcreme außer für das arbeiten habe ich mir jetzt mal wieder eine geholt die gleich wieder weg dass man die falte wegschmeißen ja die ist einfach eine bank die funktioniert gut ich vertrag sie gut auf der haut macht ein gutes hautgefühl und sie liegt halt wirklich richtig gut und bekommen das ganze für einen kleinen kreis muss man auch noch dazu sagen weggeschmissen habe ich zwei einleiner lebt zwei kajals und einer davon ist der samt der schwarze kajal ich würde mir sand den nicht mehr nachkaufen sante also der konzern hinter sand den logo kurs hat sich von l'oreal aufkaufen lassen und das ist so mein meine regel mein ethisches ding dass ich einfach keine produkte die irgendwie kontakt mit nestle oder l'oreal haben kaufe und deswegen den schmeiß ich weg weil ich ihn einfach nicht aufbrauchen konnte der war mal in einer vegan box drinnen den vegan box beauty und die habe ich jetzt glaube ich schon seit drei jahren nicht mehr oder so und so hat ist der kajal irgendwann mal tut euch wirklich gefallen irgendwann mal sollten die sachen auch wenn sie nicht aufgebraucht sind auch wenn einem das herz ein bisschen blutet dass man es wegschmeißt aber er tut eure haut und gerade am auge ihr tut euch kein gefallen und das gleiche zählt auch für den hier der ist glaube ich noch älter das ist ein kajal kommt von mebelin und mebelin kaufe ihr schon seit nicht mehr das kann ich gar nicht mehr nachdenken irgendwann mal wird halt echt definitiv gruselig und da sollte man solche produkte einfach nicht mehr ins gesicht packen und vor allem nicht ans auge wenn du nämlich irgendwie reagiert dann ist es meistens irgendwie also das hatte ich ganz stark immer bei pflegeprodukten oder weil wenn öle gekippt sind und ich das nicht direkt mitgekriegt habe hat meine haut schon darauf reagiert in dem sie geschickt hatten aber die reagiert dann schon so ein bisschen man muss da schon so ein bisschen hell ist ich habe mir halt mal gedacht aber meine haut spinnt wieder aber lag dann hat tatsächlich wirklich ein produkt also das darf man definitiv nicht machen mir tut euch kein gefallen bloß man mal was aufbrauchen möchte ich merke mich an der stelle jetzt wieder ab bedanke ich bei dir fürs einschalten schön dass du im jahr 2020 bei mir war ich gehe jetzt in die pause das bedeutet dass ich bis februar 2021 keine videos hochlade ihr könnt videos in der mitgliederfunktion von meinem zweitkanal angucken weil ich lass da die die vorwegprodukte produziere meistens immer meine kanalmitglieder angucken falls du das interesse hat gucken auf meinem zweitkanal vorbei ich möchte mich ab sagt danke fürs einschalten geben doch einen daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst man abos kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal frohes neues jahr frohe weihnachten tschüss